Hallöchen liebe Freunde und willkommen zurück hier zu Zagred. So, zu einem neuen Part. Ich habe mir den letzten angeschaut und das war wirklich peinlich, was ich in dem letzten Part alles gemacht habe. Ich habe mich verlesen. Ich habe mich gegen Monster blamiert. Nicht gewusst, was für Waffen ich nehmen soll, beziehungsweise was für ein Zauber ich nehmen soll. Ich hoffe, dieser Part wird etwas besser und nicht ganz so peinlich. So, hier gibt es noch einen Auftrag im Ort. Ich glaube, das war der letzte. Sonst haben wir keinen mehr. Nein. Ich meine, das ist noch der eine. Jawohl. Salud, Kamerad. Ich brauche deine Hilfe. Ein grausamer Soldat aus dem Lager Demordis hat meine Tochter dieses angetan. Ich will Blutrache. Ich will seinen Tod. Er hat mich außerdem bestohlen. Abgeknickte, zweige weisen den Weg in Richtung der Wälder. Suche dort nach Lichtungen. Die Zeit drängt. Seid innerhalb eines Tages zurück, sonst ist es zu spät. Hm. Demordris heißt das, ne? Okay. Bin dem an. Diese Mission nehme ich an. So, dann schauen wir mal ganz kurz, wo das sein soll. Das ist sogar ganz in der Nähe. Das ist immer weit weg. Siehst du ja gerade mal ein Katzensprung dahin. Na gut, dann gehen wir mal hin und schauen uns das mal an. Das müsste ja eigentlich direkt hier dahinter sein, oder was? Ähm, Moment. Das ist... Ach, da muss man... Ah. Der Mordriss. Dann muss man hier hinter die Schmiede gehen. So sieht's ja nicht aus. Wir können auch mal in diesem Part gucken, ob uns der Händler wieder was verkauft. Warum kann ich diese Gegner nicht vernichten? Wieso geht das nicht? Haben die Resistenz? Feuerresistenz, die Arschlöcher? Echt jetzt? Ich geh mal noch kurz zum Händler nochmal, also nicht böse sein. Ich schau mal, ob der nochmal was für mich hat. Hi, mein Freund. Ah, guck mal, er hat wieder ein bisschen was. Ein bisschen was hat er bekommen. Ein bisschen einkaufen. Aber er kann auch mit rechter Maustaste kaufen, dann geht's schneller. So. Und dann müssen wir hier zwischen... Halt. Hier dazwischendurch. Und dann müssen wir auch schon... Da sein, oder? Ach, da sind sie. Demotrische Soldaten. Haben wir jetzt noch... Was macht denn der jetzt? Hier haben wir nochmal einen mitgenommen. Nee. Bin ich jetzt... Ach, das war's schon? Das ist ja lustig. Mehr ist es nicht. Nur die Typen hier kurz zusammenschlagen. Oh, das war ja überhaupt nicht peinlich. Ha, ich wusste, dass du es schaffen würdest. Natürlich. Und er hat noch was für uns. Wasserform. Zack. Kampfgünste. So, nicht vom Pferd ausführbar. Magie wird für einige Zeit lang unsichtbar und durchlässt. Trotziger Abbruch bei einem Abbruch bei einem Angriff. Also man kann sich hier unsichtbar machen und kann sich irgendwoher vorbeischleichen. Auch nicht schlecht. Hat was. So, daher, dass wir hier keine Nebenquests mehr haben. Können wir uns schon mal aufmachen zum nächsten Lager. Das ist gar nicht mehr weg. Das ist hier oben. In diplomatischer Mission. Und versuchen mal die Hauptquests dann zu machen. Die Motries, Hunde des Krieges war das jetzt, was wir gemacht haben. Und wir haben auch schon einige an Quests erledigt. Finde ich eigentlich cool so. Eine kommt, ob ich es jetzt nicht mache. Die ist leider hier. Naja. War verbuggt oder ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch einfach zu lange gebraucht. Wie gesagt, die, wo jetzt für einen Tag nur Zeit ist, die werde ich nicht gleich annehmen, die Quests. Das ist nämlich schade, weil ich möchte das Spiel eigentlich schon komplett genießen. Ihr bestimmt ja auch. Und ich werde jetzt erstmal ins nächste Ort gehen. Mit euch zusammen. Und dann können wir dort schauen, wie wir weitermachen. Je nachdem, wie lange wir jetzt brauchen. Oh. Die Gegner sind grün. Okay, das geht eigentlich. Wenn sie grün sind, geht's. Ich kann noch ein bisschen mit dem Feuer arbeiten hier. Geht auch. Oh, wir sind bald wieder eine Stufe höher. Das ist auch gut. Okay. Es muss so etwas sparsam sein mit dem Tränken. Aber was ich aber machen könnte, wäre vielleicht ein bisschen was nehmen. Dank des Mentors. Damit wir vielleicht die Stufe etwas schneller erreichen. Die nächste. Also mehr EP bekommen. Ich glaube, doppelte EP müsste es geben, ne? Ein bisschen mit Feuer arbeiten. Kommt hier irgendwo ein Ort dazwischen? Ne. Okay. Die lassen mich eigentlich zum Teil... Oh, jetzt wollte ich gerade sagen, die lassen mich eigentlich zum Teil in Ruhe. Aber die sind schon wieder orange. Nicht schlecht. Ich muss mehr mit Zauber arbeiten. Habe ich schon gemerkt. Der macht dann viel, viel mehr Schaden. Wenn man zwischendurch mal ein Feuerball schwingt. Ja, ich bin doch ein Sacred Noob. Ich habe das nur früher gespielt, ab und zu. Aber ich habe es nie durchgezockt. Wirklich. Ich kenne von der Geschichte her das überhaupt nicht, das Spiel. Man muss ja auch nicht alles kennen, ja? Oder kennen. Hm, ein Ring. Da müssen wir gucken, bevor wir immer alle Ringe in Waffen machen. Oder in Rüstung. Was wir davon eigentlich noch brauchen. Oh, scheiße. Okay. Das ist ein bisschen heftig jetzt hier. Und einmal bitte durch. Jawohl. Ja, was ist denn das für ein Arschloch hier? Okay, wir sind gestiegen. So, alles mitnehmen. Gut. Oh, wir haben einen Slot dazu bekommen. Geil. Yes. Das ist ja wie Weihnachten heute. Komm her. Sie sind wieder grün. Wir lassen sie uns schon in Ruhe. Wir haben es hier oben ein bisschen einfacher, wenn wir schon wieder in die Stufe gestiegen sind. So, nochmal einen Trank trinken. Irgendwie merke ich gerade, ich bekomme immer weniger Tränke. Komm, die mal alles mit. Sind wir richtig? Jawohl. Wir sind noch auf dem richtigen Weg. Hey. Voll vorbei geballert. Sie ignorieren uns. Hä? Unsichtbare. Perfekt. Schild. Sag mal, ich muss doch... Ach, bin gleich da. Eine schöne, große Stadt, so wie es aussieht. Eine Hauptstadt oder so. Ja, das ist von der Karte her. Hier gibt es auch alles. Und das richtig massig. Und ich denke auch, richtig viele neue Quests. Oh, Geister. Jetzt ist es wieder das mit den Waffen. Wie komme ich hier wieder nicht weit? Zieh den neuen Schaden. Dann muss man eher mit Magie arbeiten mit denen. Das hat eine, 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 eine Quest. Ich schaue nochmal kurz rein, ob das an einem Tag. So, bla bla bla. Sind wir... Schaden, das ist ja nochmal. Nein, das ist völlig ausgeschlossen. Ich komme wieder, mein Schatz. Ich möchte erst in die Stadt, bevor ich jetzt noch einen Auftrag mache. Da ist nämlich schon die Festung. Oh, die ist aber ganz schön. Wo ist denn hier der Eingang? Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt hier rein darf. Ah, ja. Gut. Das Tor ist offen. Krähenfels. Die schwarzen Vögel, die sich hier an den Gerichteten der demodräischen Justiz laben, geben diesem Ort seinen verdienten Namen. Ist aber schön, der Ort. Finde ich. Hat was. Ich finde, das ist eine richtig schöne Stadt. Vom ersten Eindruck her echt cool. Jetzt sehe ich hier zwar nicht, dass ich eine Quest habe oder so, aber... Ich denke mal, die werden noch im Laufe der Zeit kommen. Ich muss erst noch ein bisschen für die Leute was tun. Wahrscheinlich für die Holde Maid, wo da vor dem Tor ist. Oh, da haben sie einen gehängt. Ups. Ja, ich denke mal, hier wird es noch genug Arbeit für uns geben. Demodrisches Recht. Doch was ist mit Gerechtigkeit? Ach ja, das ist nicht so schlimm. Demodrisches Recht. Demodr. Aha, Demodrisch spricht man es aus. Ah, da gibt es einen Fass. Guck mal hier. Oh, schön. Gleich mal blündern hier das Ort. Toll. Für das bin ich hier. Normalerweise müssten sie mich ja gleich hängen. Schon wenn ich reinkomme ins Ort. So, aber... Ich werde jetzt hier rasten. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Dann werde ich rausrennen und mal die Mission machen, weil hier drin ist nämlich gar nichts für uns. Und ich hoffe, dass wir dann hier drin auch ein paar vertrauenswürdige Menschen finden, die uns ihr Anliegen anlegen, für die eine Mission zu tun. Und wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.